Die Welt trauerte in den letzten Jahren um eine Reihe beliebter Persönlichkeiten, darunter Laurent Cantet. Von renommierten Musikern bis hin zu bekannten Künstlern begeisterten und motivierten ihre Fähigkeiten Millionen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie sich uns anschließen können, während wir an den Verstorbenen am Freitag den 26. April 2024 in unserem Leben erinnern. Laurent Cantet Als Filmemacher, Kameramann und Drehbuchautor lebte er in Frankreich. Volontari Libanes Hed, Cantets erster Spielfilm, kam 1997 heraus. Sowohl sein zweiter Spielfilm als auch sein erster als Regisseur waren The Job Killer, 1999. Nach einiger Zeit stellt der BWL-Student fest, dass das Projekt eine komplette Systemüberholung erfordert. Für seinen ersten Spielfilm The Job Killer hatte Cantet das Glück, den Caesar Award zu gewinnen. The Class wurde nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2008 Cantets beliebtestes Lied. Der Filmemacher gewann 2008 mit seinem sechsten Film, einer soziologischen Studie über einen Pariser Lehrer, die prestigeträchtige goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes. Als der kubanische Film Cantets Retour al Itac plötzlich und aus unerklärlichen Gründen vom Havanna Film Festival entfernt wurde. Zahlreiche kubanische Geschäftsleute gingen nach der Zeremonie auf die Straße, um ihre Missbilligung der Beschränkungen zum Ausdruck zu bringen. Geschrieben als Antwort auf ein Buch von Leonardo Padura. Im Jahr 2018 wurde er nicht nur als Moderator der Oscar-Verleihung ausgewählt, sondern auch als Moderator der Veranstaltung. Philippe Laudenbach Obwohl er in Frankreich geboren wurde, entschied er sich, Schauspieler zu werden. Regisseur Alain Resnays besetzte Delfine Seyrich in Laudenbachs erstem Film Maurice oder Die Zeit der Rückkehr. Andrés Resnays, Film Mein Onkel aus Amerika, aus dem Jahr 1980 hatte ein Ensemble aus berühmten Darstellern. Er besetzte mehrere Schauspieler, insbesondere Nicole Garcia und Gerard Depardieu. Laudenbach dürfte durch seine Rolle als strenger Anwalt in Überliebe und Tod unter der Regie von François Truffaut, der 1983 in die Kinos kam, berühmt geworden sein. Die Liste von Laudenbachs Film und Fernsehauftritten geht im Jahr 2006 weit über 100. Die Dreharbeiten fanden von 1987 bis 1987 statt 1990, Kinostarts fanden jedoch erst 1998 statt. Eine Hauptrolle spielte Claude Jade in dem von Iraj Azimi inszenierten Film. Jean Janne schuf die legendäre Kapitänsfigur. Onkel Laudenbach war mit Pierre Fresné verwandt. Ein Künstler und Freund namens Sebastian Laudenbach betrachtete ihn als Onkel.